Was ist das? Enemy Chaser Also zielsuchende Raketen Im Prinzip Oh, noch mehr Killerinsekten Oha Oh Ja Ja, suboptimal hier Was Die hier machen Für mich Oh Ups Ups Ich muss auch noch hin und her springen die ganze Zeit und So, noch einen Ja, ja Hier gibt es alles in Metal Slug Würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht Tentakel gibt Irgendwelche Tentakelmonster Die mich dann vergewaltigen Das gibt es auch noch Und jetzt Ist das eine Abkürzung Speziallevel Speziallevel Abkürzung Es gibt rechts und links einen Weg Ich mach erstmal den linken Weg Der geht weiter nach unten Okay Ah So So Oh oh Ich muss mich beeilen Beweg dich Nein 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 Ja So Bin wohl doch noch Durchgekommen Jetzt geht es wieder nach oben Okay Komm Lässt mich in Ruhe Oh Shit Die haben auch noch Killeratem Aber der verpflegt sich So langsam Spiderman-Mumien Ups Komm schon Schnell zurück Nein Zu spät Komm Weiter nach oben Komm weiter nach oben Habe ich ja noch mal Glück gehabt Habe ich ja noch mal Glück gehabt Boah So langsam muss ich mich konzentrieren Aber da scheint es auch schon Licht zu geben Oh Ja Ja geil Egal Egal Aha Ich muss also Batterien sammeln Und eine Ich muss also Batterien sammeln und eine habe ich Achso Die typisch Die typisch verlieren Batterien Achso Manche verlieren Batterien Wie gesagt Das müsste jetzt aber reichen Ne Noch eine Ja Killer Pusteblumen sammeln Nee Ist klar So Bin ich oben Was ist das denn hier Irgend so eine Gottheit Irgendwas religiöses Muss sie ja kommen Dass irgendeine Ähm Fernöstliche Gottheit Hier noch kommt Ist klar ey Ja Tatsächlich Ja aber das Das war so So ziemlich das einzige Was noch gefehlt hat So ist es nicht Hätte ich mit rechnen müssen Und der dauert bestimmt Jetzt wieder ewig Ja richtig ausweichen Kann man dem ja auch nicht Und ich hätte gern Oh mein Ich hätte gerne Scheiße Ich hätte gerne Ach Scheiße Jetzt weiß ich auch nicht mehr Was ich gerne Noch hätte Ach ja genau Eine Lebensanzeige Für Bosse Gehört zwar jetzt irgendwie Mit zu Metal Slug Dass es nicht angezeigt wird Aber Ich würde es besser finden Ne Der Kasselazer Hä? Ähm Ja, aber er wird schon rot Der ist nicht mehr so goldig, sondern rötlich Alter Ist das ne harte Nuss